Der Volt Tester 400 von Bancontrol ist ein zweipoliger Spannungsprüfer für Gleich- und Wechselspannungen von 6 bis 400 Volt. Bei der Spannungsprüfung an einer 9 Volt Batterie leuchten die 6 Volt und die 12 Volt LED auf. Außerdem wird die Polarität der linken Prüfspitze angezeigt, in diesem Fall der Pluspol. Beim Vertauschen der Bohle wird der Minuspol angezeigt. Mit den dünnen Prüfspitzen des Spannungsprüfers muss man bei Steckdosen manchmal nach dem richtigen Kontakt suchen. Bei Steckdosen mit Berührungsschutz kann das noch schwieriger sein. Als Lösung gibt größere Kontakte zum Aufschrauben. Mit den größeren Schraubkontakten ist es wesentlich einfacher, den richtigen Kontakt zu finden. Um festzustellen, wo sich bei der Steckdose die Phase befindet, kontaktiert man mit einer Prüfspitze den Erdleiter und mit der zweiten Prüfspitze nacheinander die beiden anderen Kontakte. Bleiben die LEDs dunkel, handelt es sich um der Nullleiter. Leuchten die LEDs auf, handelt es sich um die Phase. Um das Kontaktieren des Erdleiters zu erleichtern, gibt es als Zubehör Grogoklemmen. Nach dem Aufstecken der Grogklemme kontaktiert man damit den Erdleiter. Mit der zweiten Prüfspitze stellt man so wie vorhin fest, wo sich die Phase befindet.